Hiho Leute, hier ist der Michl, ich begrüße euch zum zweiten von fünf Läufen unserer RaceRoom Racing Experience Custom Championship in der Group 5 mit dem ZAK Speed Capri und es war ja noch eine kleine Überraschung, welche denn die zweite Strecke sein wird und das ist Bathurst, Mount Panorama in Australien und heute dann am Donnerstag, ab 13 Uhr war es dann leider vorbei, oder ist es jetzt leider vorbei, der Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen, sozusagen noch seine Prognose abzugeben, welche Platzierung ich denn nach den fünf Rennen, Sonntag ist dann am 13 Uhr das letzte Rennen, am Nürburgring, welche Gesamtplatzierung ich dann einfahren werde. Ja, die meisten haben sich so um Platz 5, 6, 7 herum eingependelt, so mit einigen Ausreißern nach oben und nach unten natürlich. Oh, jetzt kommt schon mal ein Nissan Silvia, ist es ein Nissan GTR oder Silvia? Ne, ist es ein Nissan GTR und natürlich ein paar Ausreißer nach oben und nach unten, logischerweise, aber der Mittelwert war so Platz 5, 6, 7 herum, würde ich mal sagen und den Zoll da gestern leider ohne Punkte nach Hause gefahren. Das müssen wir heute ändern, wir haben jetzt die Outlab auf dem Mann Panorama und dann eine Möglichkeit, eine schnelle Runde zu fahren, also eine scharfe Runde steht uns selbst auferlegt zur Verfügung, um die Startaufstellung zu fahren, dann gucken wir mal, wo wir da landen. Vor allem müssen wir darauf achten, in der Outlab jetzt keinen Verkehr zu haben, das sieht jetzt aber soweit von der Streckenlage schon mal ganz gut aus. Ja, Überholmöglichkeiten, hier oben auf dem Berg auf jeden Fall mal gar nicht, da ist, denke ich mal, im Rennen einfach zu wenig Platz, da geht es einfach zu zackig, zu eng zur Sache. Man muss da, glaube ich, auch geduldig sein, sollte hier Lücken, wenn man welche sieht, nicht unbedingt gleich nutzen, beziehungsweise nur nutzen, wenn dann vor dem direkten Gegner kein anderer mehr fährt. Und hier wäre so eine Möglichkeit, schon mal in dieser Falken-Ecke, diese scharfe Linkskurve vor dieser extrem langen Geraden, da könnte man es versuchen. Hier werden wir auf jeden Fall heute auch dann den Zack Speed Capri ausfahren, habe ich ja auch gestern in Zoll da schon angedeutet. Gut, hier werden wir 300 kmh auf dem Tacho haben, das klappt so selbst hier jetzt schon mal, 300 und dann aber auch direkt hier ein Stückchen rollen lassen, runterbremsen, runterschalten, ganz geschmeidig. Keine so zupackenden Rennbremsen, wie es in moderneren LMP oder GT-Fahrzeugen der Fall ist, da kommen wir auch nicht mit 300 kmh angebraust. Gut, mit einem Limon-Prototypen, je nach Klasse natürlich schon, aber GT3-Auto würde ich mal sagen, so 260, 270, könnte vielleicht hinkommen. So, jetzt beginnt sie, die einzige schnelle Runde, die wir haben, ich konzentriere mich jetzt. Dann greift der Turbo immer relativ spät auf dieser Kurve. Ja, der Weg ist auf jeden Fall frei, da sollte kein Verkehr auf uns warten. So, 150er-Schild ungefähr, auch hier zweiter Gang, um da ordentlich mit Drehzahl auch rauszukommen. Auf dieser Kurve eben, wenn sich da eine Lücke öffnet, kann man mal reinstechen, muss man aber auch aufpassen, wie gesagt, dass keiner davor ist, weil auch die KI ganz gerne mal nach rechts rüber zieht in dieser Kurve. So, wir sind auf dem Berg, wir sind im zweiten Sektor. Viel mit abkürzen kann hier jetzt oben nicht passieren, da ist dann, so schön links-rechts schneiden. Hier schön die Schikane treffen. Mit schneiden ist hier nicht so viel. Eher mit der Bande. Auch hier schon ein bisschen links halten. Schwung mit rausnehmen. Da vorne ist dann unsere gefährliche schwarz-rote Wand. Gut, Achtung. Ja, hier entwickelt sich ein richtig schöner Fluss einfach auch immer. Bisschen links-rechts schmeißt man hier richtig schön rein. Hier den Saxby Capri, da fängt es an zu zischen wieder. Grüne Zeiten, logischerweise, klar. Jetzt kriegen wir schon Verkehr hier. Ah, schöne Weitsicht auch hier vor allem gleich. Mitsubishi Fuso-Truck. So, 280. 290. 300. Ist das brachial. Alter Schwede, richtig geil. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Das hier ist nochmal eine kleine knifflige Ecke. Da sehen wir auch schon ein bisschen Rauch und Staub. Runterbremsen nach dem 100er-Schild. Hast du noch ein bisschen Luft, aber dann kommt der Linksknick und dann geht es zu auf Startsziel. Und da ist die Runde geschafft. Das ist mir schon mal deutlich besser aus als gestern ein Zoll da. Wofür reicht es? Für einen Platz 1. Na, Holla, die Waldfee. Zur Erinnerung nochmal. KI-Stufe 100. Get-Real-Modus. Und wir müssen mal gucken, ob sie dann hier in Bathurst die Stärke sozusagen halten, die sie ja in Zoll da hatten. Da sind wir mit Mühe und Not auf Platz 12 rumgefahren. Joa, alter Schwede. Dann würde ich sagen, geht es zurück in die Boxengasse. Zurück zur Werkstatt. Was wir heute da mal machen können? Diesmal kurz ein bisschen die Konkurrenz uns anzugucken. mal kurz ein bisschen Strecke-Atmosphäre noch mitzunehmen hier. Ach, jetzt habe ich den Fehler wieder. Mit der Maus. Warte mal. So, gucken wir mal hier. Zack. Ich kann euch gerade gar nicht genau sagen, wer da auf Platz 1 momentan rumfährt. Die Punktetabelle habe ich jetzt nicht wirklich im Kopf, weil wir einfach auch keine Punkte haben. Deswegen gibt es momentan auch noch keine richtigen Konkurrenten. Das wird sich dann vielleicht hoffentlich heute nach dem Rennen ändern. So, hier sehen wir die Sylvia. Ja, also die Fab-Cars sind anscheinend nicht dabei, weil die wohl ein bisschen overpowered sind. Das ist wohl der Grund dafür auch, dass die hier nicht im Feld zu sehen sind. Na gut, Leute. Wir haben noch ein 15-Minuten-Rennen vor uns. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Ja, aber der Sommer hat jetzt richtig zugeschlagen, ne? Alter Schwede. Es ist so richtig schön heiß. 36 Grad waren heute in Köln und das wird jetzt heute dann nochmal schlimmer für Samstag 39 angesagt. Boah, das ist richtig heftig. So, gucken wir mal. Startaufstellung. Wir sind, glaube ich, auf Platz 1 geblieben, so wie ich es richtig gesehen habe. Jawohl. Vor Scott sind wir geblieben. Das ist natürlich jetzt mal ein ganz anderes Bild. Da wären jetzt sicherlich einige Leute, die doch die Position eher weiter vorne gesehen haben. Wahrscheinlich frohlocken. Schon mal. Aber noch müssen wir fahren. Noch müssen wir fahren. Das hat noch gar nichts zu sagen hier. Vor allem im fliegenden Start erstmal durch die erste Kurve retten, dass wir keinen hinten drauf bekommen und so. Ja, das sind so die Konkurrenten. Das altbekannte Feld. Mit dem haben wir, glaube ich, letztes Mal ein bisschen gekämpft auch hier, ne? Mit dem Blauen. Mit dem Lewin. Weiß gar nicht. Fährt noch so jemand so ein blaues Teil. Ne, das wird ja dann auch wohl gewesen sein. Aber ich würde sagen, los geht's. Ich lege mal den zweiten Gang ein. Ja, das hat auch gepasst. Wie gesagt, Achtung. Erste Kurve erstmal überleben. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Da kommen wir schon mal ziemlich weit nach außen. Und verlieren auf jeden Fall auch schon mal mindestens einen Platz. Ja, die Korvettes. Dem Sauge hat da einen wesentlich lineareren Beschleunigungsvorgang. Und, glaube ich, auch ein bisschen mehr Topspeed. Ja, die Pole Position. Ich habe es fast schon gedacht. Ey, erste Kurve ist nämlich hier immer so eine Sache auch, dass dann wieder Einzelschätzen vom Bremspunkt hier und so. Wenn man sich hier bedeckt und passiv hält und ruhig fährt, kann hier, glaube ich, nicht so viel passieren auf dem Berg. Wir müssen aufpassen wegen seinen Bremspunkten, dass man nicht irgendwann mal irgendwo einschlägt. Denn ein Dreher hier oben, der wäre natürlich fatal. Und bei so einem kurzen Rennen auch, denke ich mal, wäre das Rennen gelaufen. Achtung, da geht es nämlich schon los. Das ist nämlich schon mal die erste gefährliche Ecke. Wo dann auch je nach Auto natürlich immer anders gebremst wird. Wir haben hier verschiedene Fabrikate, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Der eine ist stärker auf der Gerade. Der andere ist ein bisschen besser beim Bremsen und so. Wir müssen uns erstmal ein bisschen an die KI sozusagen anpassen. Ein bisschen dran gewöhnen, was hier gemacht wird für uns. Oh. Ich hätte da eiskalt in die Wande rein. Hier auch aufpassen mit Windschatten, ist aber noch schneller auf der 300 wahrscheinlich. Boah. Ich habe das Gefühl, dass wir auf der Bremse ein bisschen besser sind als die Corvette vor uns. Sollen wir mal gucken, da gibt es schon die ersten Irritationen hier auf dem Rasen. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas geht. Ne, leider nicht. Ja, da kommt er viel besser aus der Kurve raus. Von der Übersetzung her. Ich denke mal, wenn die Kurve ein bisschen offener wäre und nicht ganz so eng, dann könnten wir mit dem Capri wiederum ein bisschen besser rausbeschleunigen. Das sind zwar halt diese kleinen Feinunterschiede. Na, gucken wir mal. Ja, seht ihr das? Unser Turboloch ist da ein bisschen zum Nachteil beim rausbeschleunigen. Und Topspeed auch wie Corvette, glaube ich, ein bisschen besser. Aber dafür sind wir gefühlt ein bisschen besser auf der Bremse. Und haben etwas höhere Kurvengeschwindigkeiten. Durch diese extreme Bespoilerung natürlich. Guck mal, hier kommen wir immer richtig nah ran. Aber da kommt das Turboloch zum Tragen. Da fährt er uns jedes Mal davon. Und hier sind wir dann wieder dran. Ja, mal gucken. Also knifflig, knifflig hier den richtigen Mittelweg zu finden, die Kurve zu überholen. Wie gesagt, hier oben würde ich es dann doch tendenziell eher nicht machen wollen. Aber da müssen wir einfach mal den Rennverlauf jetzt beobachten, wie sich die ganze Geschichte hier verhält. So, jetzt ist er extrem weit auf dem Rasen gewesen. Aber hier ist dann gerade so schnell wieder vorbei, als dass man da die Chance nutzen könnte. Ja, anscheinend jetzt ich mal hinter dem Viertplatzierten. So, hier könnte man sicherlich mal was versuchen, wenn man da vernünftig reinkommt. Nächste Runde vielleicht mal. Korvette ist da jetzt schon zwei Rundenfolge an der Bande gewesen. Also hinter dem Vierten eine riesige Lücke. So einen kleinen Fehlerpuffer für uns auf jeden Fall auch. Oh ja, da fahren wir fast hinterher. Der blinkert schon hier. Ist da unten. Sehr unruhig hier in der Kurve. Das Auto. Ich frage mich, wenn wir jetzt ganz vorne gefahren wären, wenn wir den Start sozusagen nicht so ein bisschen verhauen hätten hier in der Kurve. Wo würden wir dann, wie würden wir dann da stehen? Würden die uns im Nacken hängen oder würden wir uns absetzen? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als wenn die hier vorne relativ konstant wären. So, Achtung, hier wieder. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber wir kommen hier jedes Mal sehr gut ran. Trotzdem ist es eine ständige Wackelpartie. Also ich glaube, wenn ich mit dieser Championship hier durch bin, dann schockt mich gar nichts mehr bei Racerome. Dann können sie mir alle Pakete hindonnern. Ich fahre jetzt alles im Schlaf. Ach so, ich wollte euch dann heute in der Folge auf jeden Fall auch den Kalender noch, den Rennkalender offenbaren hier für die Championship. Oh, böse Bodenwelle. Beim nächsten Mal sind wir am Norisring. Das wird natürlich auch interessant. Da war hier gerade erst ein DTM-Lauf. Das deutsche Montocalo, wie es ja genannt wird. Da ist natürlich kaum Spielraum, um den Saxo Picabria auszufahren. Das wird sich dann ändern. Am Salzburg-Regen, vierter Lauf. Und fünfter Lauf dann am Sonntag. Der Nürburgring, genau. So, jetzt mal gucken hier. Oh, ach, wir sind schon... Ich habe schon gerade eine Kurve weitergedacht. Das darf hier nicht passieren. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Und da hängt auch dann schon direkt hier der andere Chevrolet-Monza hinten drauf. So, ist das die Möglichkeit hier? Nein, immer noch nicht. Macht der extrem... Fällt extrem eng auf die Kurve an. Wir kommen da einfach nicht vorbei. Aber ich denke mal, die Schlüsselstellen... Also die Möglichkeiten sind ausgemacht jetzt. Die sind definiert. Auf jeden Fall sind wir hier von Chevrolet-Suntergeben. Oh Gott. Hoppala. Das... Au, wow, 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 wow. Hat er sich da weggeschossen? Wir sind umgeben von Chevrolet, wie gesagt. Hier, das sind die Monza-Dinge und die Greenwoods. Fast Halbzeit. Okay, das sieht doch gut aus. Gucken wir mal, dass wir da vorne ran. Kommen wir an den Scott. 2,6 Sekunden gilt es aufzuholen. Verschaltet. Hoppala. Das ist natürlich auch für das ganze Material, also jetzt Hardware-technisch bei der Hitze nicht so toll, habe ich ja schon ein paar Mal drüber geredet auch. Deswegen kann es sein, dass es auch mal... Ja, für mich ist es auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen, hier zu sitzen im Placeit. Der Ventilator, der kühlt mich hier auf Hochtouren von der Seite. Deswegen seid ihr mal nicht böse, wenn es bei dieser Hitzewelle auch mal nur einen Tag pro Video gibt. Ich denke mal, ihr seid selber viel draußen. Viel am Grillen, viel unterwegs, viel am Pool, viel im Freibad, sonst was. Deswegen vielleicht auch mal die Tage, immer mal nur ein Video zwischendurch. So, nicht zu viel riskieren. Also es gab ein Rennen, wo ich relativ viel Luft, glaube ich, noch habe, was die Schnelligkeit angeht. Aber Hauptsache, den Zack-Speed-Capri hier ruhig und geschmeidig über den Kurs bewegen. Auf dem minderen Auge, auf jeden Fall Baffer ist doch schon sehr, sehr, sehr gut abgespeichert, glaube ich. Die Strecke fährt sich hier, finde ich, auf jeden Fall mit am geilsten. Okay. 280, 290 und dann kommt die 300. So ein bisschen Matibi-Lackierung fast schon da vorne. Noch in dem gleichen Fehler wie der. Hat das Gefühl, dass der Squadness das nicht einfach machen wird hier vorne. Drei Runden, würde ich sagen, sind es noch. Aber ich habe das Gefühl, dass der nicht ganz so gut rausbeschleunigt wie die Greenwood Corvette. Mittlerweile scheint sich der Blaue auch schon von dem Platz verabschiedet zu haben. Jetzt sind wir direkt dran. Da kommt der Turbo. Aber nicht drauflaufen, nicht drauflaufen. Auch wenn es verlockt ist, hier irgendwie mal reinzustechen. Aber lieber auf die richtige Situation, lieber auf den richtigen Moment warten. Den Himmel entgegen hier. Hoppala, hoppala, hoppala. Ah. Scheibenkleister. Das ist bei dem gewesen. Jetzt denkt uns der Stone wieder direkt dran. Nach vorne ein bisschen Boden verloren. Aber ich glaube, das können wir relativ schnell wieder einholen. Hier vor allem. Verliebt auch manchmal ein bisschen... Oh, da kommt die Lenkung ein bisschen gerade hin und her. Ein bisschen auch dran denken. Natürlich, wie der Reifen verschleißt es an. Und wenigstens der Reifen diesmal nicht ganz so schlecht vorne wie noch ein Zoll. Da haben wir uns viel verbremst. Viel blockierende Räder vorne gehabt. Deswegen... Zum Ende des Rennens dort... Vorne noch 91% gehabt teilweise. Das sieht jetzt schon mal wesentlich besser aus. Trotzdem, ab 97 fängt es an, so ein bisschen... Schlechter zu werden auf jeden Fall. So, schön geschmeidig bremsen. Dann geht da auch nichts kaputt am Reifen. Boah, der geht aber auch quer jedes Mal. Ich sag mal jetzt, die heiße Schlussphase... Beginnt hier so langsam, aber sicher. Wenn wir 2.20... Ja, 2.10 ungefähr fahren... Bedeutet das, dass wir auf jeden Fall jetzt noch zwei Runden haben. Dann ist das Ding hier gelaufen. Das macht unglaublich viel Spaß nach wie vor. Ich glaube, der Windschart ist ein bisschen zum Tragen, aber... Die richtige Möglichkeit zum Überholen bietet sich hier nicht. Na? Nee. Guck. Ja, er ist ein bisschen langsam gerade. Aber ich merke auch, wie das Auto immer weniger Traktion bekommt. Und es immer schwammiger wird in den Kurven. Immer mal auch... So ein bisschen fies nach links und rechts zur Seite wegzuppelt. Unvorher gesehen. Sehr unangenehm. Sehr unvorhersehbar. Was da passiert. Wir greifen jetzt beide auf 97. Machen wir mal wieder zwischendurch am Blockieren. Wie die Flammen da immer entgegenstiegen. Das ist echt herrlich. So. Also da sollten wir es vielleicht nächste Runde nochmal einmal probieren. Links mal da rein zu gehen. Denn da ist auf jeden Fall die Lücke. 25 Punkte werden im Hinblick auf die Nullnummer am Anfang schon relativ hilfreich. Da gilt es immer noch sehr viel aufzuholen. Also wir wissen auch noch nicht, wie die KI auf den nächsten Strecken dann sein wird. Oh, der macht aber langsam jetzt hier. Ja, das wird jetzt letzte Runde. Ja, vor dieser Kurve habe ich einen Heidenrespekt hier. Die letzte Kurve vor Stadt Ziel. Und die ist es auch, die wir, glaube ich, auch bei Project Carson diversen Rennen schon öfter mal zu Verhängnis geworden ist. Letzte Runde. Wir kennen den Fluch. Wir kennen den Fluch, ne? Vorsichtig, Michael. Vorsichtig. Oh, ich habe ein gutes Gefühl gerade. Wir kommen da richtig gut ran. Zieh, kleiner Turbo. Zieh. Yes. Rad an Rad geht es zu auf die Kurve. Spät auf der Bremse, spät auf der Bremse. Aber wir kommen durch. Wir kriegen ihn durch. Capri Power. Go, go, zack, Speed, Capri. Oh Gott, jetzt kommen die 90er in mir durch. Ich kann die Strecke auch ohne, dass einer vor mir fährt. Nur mal so zu hinten. Gar nicht schlimm jetzt. Wir bringen das Ding nach Hause, Leute. Wir bringen das Ding nach Hause, Leute. Wir bringen das Ding nach Hause. Vorsicht geboten. Ja, hier mal mit der Formel 1 fand ich auch interessant. Ich glaube, das würde relativ viele Funken sprühen. Die Strecke sind doch ein bisschen tiefer. Gibt es die Strecke einfach zu umleben für. Zu eng. Weil es wäre wohl theoretisch möglich, oder? Hier vom Line zu fahren. Warum eigentlich nicht? Safe, safe, safe. Ach, es gibt übrigens das Spotter-Mod jetzt für Race Room, ne? Habe ich noch gar nicht mehr angehuckt. Sie haben ja so ein bisschen die Schnittstelle geöffnet. Für sowas. So, Respektskurve. Wir haben genug Platz nach hinten. Und das gibt hier tatsächlich heute mal einen Sieg. Also hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Boah, ja, 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 ja. Da passiert es wieder. Ähm, dass wir hier noch einen Sieg einfahren auf dem Mount Panorama. Also, krass. Ähm, sicherlich großer Vorteil war der... Das starke Qualifying, beziehungsweise auch die Schwäche der KI im Qualifying. Ja, das wissen wir ja, ne? Das variiert manchmal so ein bisschen, weicht ein bisschen voneinander ab. Äh, während wir da an Zoll da sicherlich Probleme hatten, lief das hier jetzt sehr, sehr sauber. Äh, war aber auch eine Strecke, die ich wiederum ganz gut beherrscht habe. Also, mal gucken. Ähm, auf dem Nochris-Ring wird das mit dem Zackspeed Carpix schon eine ganz andere Kiste, glaube ich, dann morgen. Ähm, dann heißt es, 13 Uhr schaltet wieder ein. Wir gucken jetzt aber mal in die, äh, Tabelle. In die Zwischentabelle. Sieht mal so rot aus hier, so. Grapefruit-Farben. Guck mal hier. Da sind wir dann schon direkt mal auf Platz 1. Das ist nämlich auch immer eine Sache. Die KI fährt immer relativ unterschiedliche Ergebnisse auch ein. Die sind nicht ganz so konstant. Es gibt schon so eine grobe Abstufung von guten und schlechten Fahrern hier. Ähm, aber wie wir sehen am Baum Panorama hat sich das Bild doch stark verändert im Vergleich zu Zoll. Deswegen jetzt auch die Platzierung hier vorne, äh, sehr dicht beieinander. Sehr durchmischt. Und wir stehen auf Platz 1 sozusagen, ja, zusammen mit Yoshimoto. Also, es bleibt hier auf jeden Fall spannend. Kann nach wie vor mal passieren, dass wir wieder mal ein Qualifying verhauen und wieder von hinten starten. Aber, äh, momentan ist die Tendenz nach dem zweiten Rennen echt positiv. Es ist alles offen. Es ist alles offen. Nach vorne, nach hinten, wie auch immer. Wir haben uns schon mal 25 Punkte sicher geholt hier. Und, ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schaltet morgen ein. 13 Uhr geht es weiter dann auf dem Norisring. Äh, tschüss. Wenn es euch gefallen hat, gerne du mich nach oben.